Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine ganz einfache Komposition für Anfänger. Ihr habt es ja auf dem Thumbnail schon gesehen. Wir malen einen ganz einfachen Baum an einer Straße vor einer Wand. Für die Wand habe ich später dann einen besonderen Trick für euch, dass die besser gelingt, damit das Bild auch schön wirkt. Und wie gesagt, die Komposition ganz einfach und somit auch die Skizze. Wir brauchen eine Straße, einen kleinen Bereich für Wiese, wir platzieren einen Baumstamm und für diesen dann eine Baumkrone. Hier links bin ich etwas zu weit hinunter geraten, kein Problem. Mit wasservermischbaren Ölfarben lässt sich das ganz einfach etwas wegputzen und ich male die Skizze an diesem Ort erneut. Allzu sauber braucht die halt eben wirklich nicht zu sein. Die Straße unten, die ist nur wichtig, dass die nicht in der Mitte ist, sondern wirklich im mittleren Bereich. Wie genau die Linie jetzt eingezeichnet wurde, das spielt keine Rolle. Weiter geht es dann mit dem Eintragen von ganz einfachen Flächen und wir beginnen dabei mit der Straße. Genauso gut könntest du mit der Krone beginnen oder mit der Wand oder auch mit dem Baumstamm. Du hast schon mitbekommen, ich male mit wasservermischbaren Ölfarben. Daher ist es hier relativ klug, den Baumstamm als letztes mit einzumalen. Das ist einfach einfacher für das Etablieren des Bildes, siehst du dann gleich. Außerdem muss ich den Baumstamm eh ein erneutes Mal malen gezwungenerweise, aber auch das wirst du noch sehen. Wie gesagt, erstmal aber das Eintragen von ganz einfachen Flächen, wie ich es auch immer beschreibe bei meinen Videos. Es muss von Anfang an nicht alles perfekt aussehen. Lieber konzentrieren wir uns darauf, die Bereiche schön einzuteilen und auf Übergänge mehr zu achten und halt einfach auf die Teilbereiche, Helligkeiten und grundsätzliche Farbe. Ich trage hier also nicht zu dick auf. Ich denke, das konntest du bei der Wiese wahrnehmen, wie auch bei der Strasse. Die Strasse ist bei mir ein Grau, das stelle ich jeweils her aus Ultramarin und Sienna gebrannt. Du könntest dafür auch Schwarz und Weiss nehmen, ich bin da nicht allzu ein großer Fan davon. Wenn du das machst, dann mische vielleicht etwas Blau hinzu, damit das Grau etwas Farbe kriegt. Das Grün ist bei mir aus Ultramarinblau und Zitronengelb. Da achte ich darauf, dass ich das jeweils etwas dämpfe, damit das Grün nicht so grell ist, also eine rötliche Farbe hinein. Ich verwende meist dafür Sienna gebrannt. Gelber Ocker würde funktionieren, Cadmiumrot würde funktionieren. Bedenke aber, Rot ist eine starke Farbe. Für das Dämpfen der Farbe kann ich nur sehr wenig Rot verwenden. Also bei der Baumkrone ein dunkles Grün gemischt mit Ultramarinblau und Gelb und auch dieses mit Rot gedämpft. Damit das Grün dunkel bleibt, musst du einfach nur darauf achten, dass du nicht zu viel Gelb hinzu mischst. Und eben wie gesagt, dabei auf die Kontur etwas geachtet und einfach geschaut, würde mir das so gefallen. Allzu viel Farbe muss ich dafür nicht auftragen. Und es geht jetzt nicht darum, die doppelte Arbeit zu machen überall, sondern einfach das Bild langsam und locker aufzubauen und mit wenig Farbe kannst du halt einfach viele Dinge noch verändern. Die Wand, bin ich ehrlich, die hat mir im ersten Moment etwas Mühe bereitet. Da war ich etwas zu dunkel erstmal oder zu hell besser gesagt und dann mehr blau hinzu gemischt. Jetzt ist sie noch relativ bläulich. Behaltet das mal im Hinterkopf, die wird sich noch verändern. Der Baum, wie schon gesagt, auch. Wie er hier jetzt aber aussieht, gefällt er mir relativ gut. Der müsste nur noch etwas dünkler werden. Entscheidet euch also selbst dafür, ob ihr nun diesen Baum abmalen wollt oder so wie das Bild am Schluss aussieht. Oder generell übernimmt einfach die ungefähre Komposition und schaut, was ihr selber damit anstellen könnt. Im unteren Bereich eine Strasse, den Baumstamm nicht in der Mitte platzieren, sondern eher rechts und oben könnt ihr euch dann etwas für die Baumkrone überlegen. Wirklich eine Komposition, die praktisch immer gut aussieht und sich also wirklich gut für Anfänger eignet. Sind diese Teilbereiche erstmal eingetragen mit Farben, die mir grundsätzlich mal gefallen und die Positionen dafür, dann werden die einzelnen Flächen dann verfeinert. Da werde ich dann auch etwas künstlerisch, also mal einen dünkleren Strich in die Wiese hinein für einen Grashalm. Einfach die Grünmischung etwas variiert, damit das spannender wird und vor allem auch etwas aufgehellt. Einen Schatten habe ich außerdem noch platziert. Da wieder darauf geachtet, dass das Grün dünkler ist und etwas mehr blau hinein ist, ist immer schön im Schatten, wenn der etwas ins Bläuliche geht. Dann haben wir noch so ein Mindestmaß an Realismus, also der Schatten. Das heißt, das Licht kommt also von links. Das werden wir in der Baumkrone auch beachten. Das bedeutet, ich habe auf der linken Seite die Farbe schon mal etwas geringfügig angepasst und etwas aufgehellt. Das wird dann noch heller und auch etwas ausgeschmückter. Ihr seht hier, der Baum dünkler machen wollen, irgendwie zu breit geraten, nicht mehr wirklich zufrieden damit. Also was mache ich bei wasservermischbaren Ölfarben? Einfach weg damit. Ich werde ein separates Video noch dazu machen, wie ich mit Fehlern umgehe, wie ich diese korrigiere. Hier habt ihr schon mal einen Vorgeschmack. Einfach nur ein Küchenpapier. Man braucht davon eben auch nicht tausende, wenn man nicht allzu viel Farbe aufgetragen hat. Und ihr seht, dass man so eine Stelle wunderbar entfernen kann. Wir kommen wieder auf unseren Grund. Also die grundierte Fläche, die ich übrigens mit Acrylfarbe jeweils grundiere. Denn das Schöne ist, dass die halt sehr schnell trocknet und ich dann mit Öl darüber malen kann, ohne dass sich die Farben miteinander vermischen. Und hier seht ihr, zack, der Baum neu eingemalt. Darauf geachtet, dass er dünkler ist und die Äste etwas neu variiert. Ihr seht jetzt, ihr könnt euch da ruhig auch selbst etwas überlegen, wie der Baum wohl aussehen könnte. Ein etwas dickerer Stamm und die Äste sollten dann dünner sein. Rundherum die Wandfläche, also wieder etwas neu eingemalt. Die Farbe gleichzeitig etwas gedämpft. Und ich denke, ihr könnt sehen, dass das schon besser fürs Bild wirkt. Außerdem bringe ich jetzt für die Wand final etwas schönere Farbe auf. Das bedeutet, die Farbe sieht etwas verschmutzt aus. Jetzt hier mit einem, ja mit einem gedämpften Blau, das etwas ins Violette geht, also nachgearbeitet. Den Baum dafür natürlich ausgelassen. Das braucht etwas Übung. Ja, die hat man aber schnell, wenn man mit wasservermischbaren Ölfarben malt. Das ist wirklich nicht so schwierig, wie man anfangs denkt. Wenn ihr mit Acrylfarbe malt, natürlich, ihr kennt den Vorteil. Ihr könnt ganz einfach die Wand abmalen, theoretisch und dann den Baum darüber. Das birgt aber dann wieder andere Gefahren. Jedes Medium hat halt ebenso seine Vorteile und seine Nachteile. Ihr seht, mit der Wand werde ich auf die linke Seite etwas bläulicher. Farbverläufe wirken irgendwie einfach immer interessant in Bildern und ja, halt ganz schön. Der wird wieder etwas verloren gehen, aber unten durch wird er sich vielleicht noch etwas durchsetzen und schlussendlich im Bild ja mehr oder weniger wichtig sein. Denn jetzt kommt ja noch der Wand-Effekt, den ich euch anfangs vom Bild versprochen habe. Und zwar funktioniert das so, dass ich die Farbe, die ich habe, einfach weiter aufhelle mit Weiss und diese hellere Farbe dann strichweise so auftrage, wie du sie ja sehen kannst. Einzelne Markierungen, die einen etwas länger gezogen als die anderen, viele in die gleiche Richtung, aber auch etwas zerstreut. Das wird schlussendlich einfach den Effekt imitieren, den der Baum, Entschuldigung, auf die Wand hat. Nämlich, dass da vereinzelt Licht hindurch scheinen kann und hinten auf die Wand trifft. Mit der Wandfarbe außerdem, wie ich es auch schon in einigen Videos erklärt habe, lässt sich der Baum selbst wunderbar verfeinern und nochmal ja etwas mehr Details in die Ränder können somit hineingegeben werden, aber auch einzelne Luftlöcher in den Baum hinein, wie ich sie jeweils nenne, wie du es zum Beispiel im rechten Bereich sehen kannst. Ja und somit arbeite ich dann auch nochmal etwas an der Baumkrone. Vor allem werde ich darauf achten, dass ich halt eben im linken Bereich jetzt einfach nochmal heller werde mit der Farbe. Also noch etwas mehr ins Gelbliche. Das ist jetzt hier in diesem Moment vielleicht noch etwas zu viel. Schaut da, wie hell das ihr werden wollt. Aber ja, je mehr ihr variiert, desto mehr sieht es schlussendlich dann auch nach einzelnen Blätter aus. Also man kann sich da auch wirklich bei dieser Komposition etwas künstlerisch auslassen, sage ich mal. Ein paar Dinge probieren. Es ist wirklich schnell gemalt. Auf Papier kannst du ganz viele verschiedene Versuche hintereinander machen, wenn du das möchtest. Wie ihr seht, male ich auf einem Quadrat. Bei mir ist das eine Malpappe, nennt man die. Also einfach nur ein stärkerer Karton, der mit einem Baumwolltuch bespannt ist. Darauf lässt es sich wunderbar malen. Ich werde euch aber in einem anderen Video auch zeigen, dass sich mit Öl auf Papier malen lässt. Ich mache das auch noch hin und wieder, einfach um zu üben oder Dinge auszuprobieren. Denn Papier ist natürlich immer noch billiger als diese Malpappe, auch wenn diese Malpappe schon relativ günstig ist. Sicher viel günstiger als ein fertiger Keilrahmen, der bespannt wurde. Und ihr seht, der Baum hat sich etwas weiterentwickelt. Das Gelb mehr mit eingeflossen in den Baum, nochmal eine dünklere Stelle mit hineingebracht auf der linken Seite. Ja, die unteren Enden etwas verfeinert vom Baum, indem ich den Pinsel einfach bei der Wand einmal aufgelegt habe, mehrere Male hintereinander, damit da der Effekt von einzelnen Blättern entsteht. Die Wand allgemein nochmal etwas aufgehellt. Grundsätzlich ändert sich dabei aber nichts mehr. Einfach nochmal, um den Effekt zu verstärken, damit ich auch die kleinen Markierungen nochmal heller machen kann. Und ja, dass es somit einfach nochmal einen stärkeren Effekt hat. Und im unteren Bereich, damit das auch wieder etwas mit hineinpasst bei der Wand, mache ich quasi nochmal das Gegensätzliche. Gehe mit einer etwas dünkleren Farbe nochmal hinein und wieder mit etwas helleren darüber. Ja, einfach wieder um Variationen mit hineinzubringen. Und jetzt, wo die Wand etwas heller wurde, es ist ja auch immer ein Anpassen aneinander, wird auch nochmal die Wiese mit schlussendlichen Highlights etwas ausgeschmückt. Ja, und die Wand noch final etwas verfeinert und so habe ich das Bild dann gelassen. Gut, es ist wirklich eine sehr einfache Komposition. Du kannst da selbst vieles ausprobieren. Schau darauf, dass die Wiese heller ist als die Baumkrone und dann bist du eigentlich schon ziemlich weit. Viel Spaß beim Ausprobieren. Danke, dass du das Video bis hierhin gesehen hast. Ich hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.